ja alles gut was das war und warte mal wir haben hier so ein benzin und propan das kann ich ja ich eigentlich hier vorne aber zurück macht man nicht na ja nicht das brandy feier ist ja ich muss was na wofür oder sie hat nicht täglich um und sterben dass sie an wochen Bisschen dicker oder was? Hier die mal drin Früchte. Hier sind noch mehr Früchte. Jetzt ist es von drauf. Wir haben auch noch mal Früchte. Pass auf den Bauplan. Hier auf der Kiste. Hier auf der Kiste. Müsste einer als gewesen sein. Oder war das ein Aluminiumrohr? Normal. Dann war es wahrscheinlich nur ein Aluminiumrohr. Alles gut. Also habe ich schon noch so. So, wollen wir weiter? Braucht es noch jemand Früchte? Ja. Nee, brauche ich. Nee? Dann können wir. Das war es auch schon, oder? Ja, ja. Ich ging ja nur um diese Bonuswaffe. Aus der roten Truhe. Echt? Bonuswaffe? Fast nicht. Nee, diese rote Kiste, wo man Wöbel 3 baut, meine ich. Ja, ja. Das meine ich nur Bonuswaffe. Warum gibt es denn diesen kleinen Abschnitten? Okay. Also Zweckswaffe reparieren. Wir können da gerne rein. Hier links. Ich habe ja Molotows. Kann man von oben einfach ausräuchern, oder? Ja, aber da gibt es rechts bei uns. Gibt es auch eine Werkbank. Warum sollen wir da links rein? Da sind noch, ich glaube, Aufzeichnungen drin. Ja, dann lassen wir es dann liegen. Es könnte auch ein Bauplan drin sein. Dicker. Ich würde den einmal kurz anzünden. Verstehe ich. Die Spätsnagepistole macht 500 Damage. Angeblich. Ja, finde ich auch. Also ich spüre da gar nichts von anzünden. Ja, keine Ahnung, bitte. Ob ich bitte gar nicht schießen würde. Hinter dir, hinter dir. Geh mal weg, da ist ein Exploder drin. Geh weg, geh weg. Ja. Das bitte lebt noch. Ich glaube, da müsste noch ein Exploder kommen. Ja, da ist noch ein Exploder oben. Ja, scheiß. Ob du im Weg? Ja, komm noch ein Stück. Also die kleinen Zombies sind vollkommen okay mit der Nagelpistole, ja. Aber die größeren, der lohnt sich gar nicht. Der blockt so viel Schaden von der Nagelpistole, du kannst nur mit Feuer killen, ey. Der macht auch den großen nur knapp so 120, 150 Damage, ey. Das kannst du komplett vergessen. Aber hier, ich habe noch ein Spucker. Schau mal, meine Kettensäger raus. Los, aber heil mich erst mal. Das markiert. Ja, da. Hey, you see that clutter? Geh mal weg. Ich hasse es wie es röp. Ja, weil diese Wärter-Hoop-Animation dämlich ist. Komm schon, geh down jetzt. Bevor ich down gehe, das Feuer war ein bisschen ungünstig. Ja, war's. Ist tot, oder? Da fahr jetzt jemand doch. Oh, meine Kettensäger ist hinüber. Hier an der Stelle sprinten auf die nächste Plattform. Kurz warten, Stück zurück, sprinten und weiter. Genau. Ja. Genau. Ich heile ich mal kurz. Genau so. Aha. Perfekt. Ich springe, hier ist eine Leiter. Ja, die habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Ja, gut. Ich wusste nicht, dass die Movement Group... Ich habe nichts gesagt. Beim leichten Teil verkackt. Ich habe nichts gesagt. Einfach Fenster kann man. Du willst von oben Molotow reinwerfen wie heute. ich hab kein mehr ja ich habe da kommt noch einer da ist exploder weg kann man sich aber nachtreten gibt hier noch was oder sind dicker und meine kettensäge ist im arsch das ist nicht gut äh kiten also ich habe ihn doch gestagert keine ausdauern au kommen wir nicht mal ran alter bei dieser plattzeit sehr schön sehr schön sehr schön ah die materialien haben nicht geteilt ah hier gibt es den Bergbank wollten wir eh hier ran hier ist ein Tragebuch und Geisklone Mod ich weiß auch nicht warum hier drei Bergbanken nebeneinander sind aber ne ich glaube vier Bergbanken hier ist auch noch einer naja drei nebeneinander habe ich gewonnen naja genau aus irgendeinem Grund leuchtet der Motor hier aber ich habe nicht verstanden was man mit dem machen soll das auf jeden Fall nicht der den man für das Boot braucht hm vielleicht von anderen nehmen oder so denn so auch ich auch ich 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 äh baut jemand material für eine modifikation die er unbedingt haben will nein kann ich jetzt kann ich jemand schneiden ach so hat jemand schneiden mod ist ja nur für dings mächtiger stock ist kacke ich versteh nicht warum barbecue bei mir nicht geht was eigentlich sind das hier alles klingen steht denn da was das ist weil das ist einfach nur eine dings das icon ob dieses feuer schaden ach so bei klinge ist dieses klingen icon halt so bei eine bei einem stumpfen gegenstand ist dieses hammer icon so aber bei der barbecue mod kann ich nichts ich kann das nicht modifizieren anscheinend habe ich mir das gleich an vielleicht hast du nicht auch schon vielleicht hast du schon eine modifizierte klinge also die ja ich habe auch übelst viele ich habe jetzt guck mal ich habe jetzt eins zwei drei vier fünf sechs ich habe sechs klingen im inventar und ich kann nicht eine davon modifizieren weil das einfach ja rot ist obwohl ich alle materialien habe modifizieren barbecue geht nur mit schaufel oder mit klinge ja aber die waffe heißt klinge die waffe heißt klinge ist so ok und zählt und zählt das symbol daneben ist dass eine schnittwaffe ist ja alles klar ich dachte das ist für jede schnittwaffe sozusagen ja gut ist egal gehen wir weiter noch jetzt auch nichts machen damit dem motor ist keine ahnung wo wir müssen die man nicht auf der karte wo ist ein klima bist du noch im haus drin nee da ist er darum ist er warum bist du mal grün mal gelb ist das mich ist noch drin ansonsten können ja auch die motor schon zu dritt holen oder ist ein motor wir brauchen noch einen motor für das boot macht so ein motor boot aus irgendwie stück bei mir das spiel was meinst du mir ist wenn er es kommt zurück die macht ich habe es gefunden ja nur sein mund nicht aufmachen das hat er wohl gefunden da ist irgendwie kiste die man auch machen kann was für ein geräusch ist eine packe ja bei mir ist ja auch oft abgelaufen was gehen wir weiter aber nicht weil doch oben was kommt hier warum habe ich bin nicht ganz ehrlich die waffen in diesem spiel und die fernkampf waffen der motor holen das heißt du musst aber bitte zu mir kommen wir zu mir ich brauche hilfe sind denn das hier mein gott wo kommen sie denn her heute weg der weg da ist ein wo ist der exploder ich habe ich habe ich habe schon gefehlt und eigentlich unten den habe ich auch gefehlt schon ich weiß ich bin ich habe ja noch eingesehen oder da ist noch einer da kommst du da runter oder guckst du guckst man kann ich nicht nach links uns in der mutter von oben rein ich würde aber kurz warten da ist ein kräftiger drin und wir müssen ja eine waffen benutzen wir sollten den schon zusammen transportieren wir müssen aber auch jeden kill ich halte die wir folgen da etwas zu machen muss ich die mal hin neben dir ja lass mal noch zur hütte ich kann nämlich die band markieren auch nicht schlecht wo war das noch wie gesagt da ist ein kräftiger drin ich würde ihn mit der kettensäge wieder stagern hoffsache mich fehlt jetzt kein kleiner ich bin richtig ich bin von länger stufe 23 wer will den motor tragen ich trage den schon ich glaube hier war noch ein eintrag und wir brauchen wir müssen looten und leveln ja ich sag so ein bauplan glaube ich also ich habe jetzt ist das für eine schöne waffe gehst du es kommt lieber ich beschütze ich gerade weg auf dem motor die animation sind also wenn du den mutter der hand hat sich ja übelst du machst richtig dumm ihr müsst schon vor hier sind aber keine das bleibt hinter der hier feiner wenn ihr sofort sagt bescheidende weg wenn er ist gut alles gut pack mal den mutter kann er nicht springen deswegen muss ich ja außen rum naja klar jesu kratz ja okay er möchte fahren muss er als erstes rein oder ne er muss am motor f drücken so war es was war das für eine animation alter als ins boot gestiegen ist hat er einen 360 no scope ach so ja klar zombies können im wasser schnell laufen aber wir nicht oder was nach norden ja du musst du musst die dinge du musst die töten wenn ihr ins boot kommt sonst ein weg ist doch richtig du hast doch richtig weiter nach jetzt weil ich gesehen habe so jetzt nach links nach links nach links links noch weiter nach links 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 was so dass das das sie ist doch mal ein laden oder nicht nein er sieht es nicht das ist nur für einen selbst ich kann schnell fahren ja aber nur begrenzt und der brüssel müssen wir den inhalt nach oben weiter nach oben an die küste jetzt war voll geil ich kann mich aber nicht drehen ich kann nach hinten gucken da gerade auf den arsch hier ist ein zombie nach rechts oder rechts oder 80 grad oder du kannst um die insel jetzt rum kannst du auch und jetzt recht sein geradezu nach links gleich als nächstes und dann sobald nach rechts kann sie dann nach rechts und geradezu ist ein bisschen strand an der gemütlichkeit dann können wir nicht weiter und da ist ein boomer wird den kurz hochjagen oder bilden die einer von euch hochjagen heute kann ich machen okay ich brauche sie noch werden jetzt immer wir brauchen boten auch nur wasser drin noch welche mich ja habe ich auch gemerkt oder ist der hier ich verwässle mich bin level 24 noch ein boomer der ist noch im wasser wir müssen ja wir müssen da hin ja ja ich warte nur dass wir beisammen sind was mit diesen hässlichen buddha statuen was bedeuten die das weiß ich nicht was das bedeutet hat gar nicht herausgefunden ich war da schon aber ich hab da auch nicht so leidiges gefunden gibt es auch keine agenten einfach so normalerweise hast du ja recht auf die karte das sieht wie eine dünne buddha statuen da hier vor sich ja ja ich sehen was das nicht explodiert kann mich immer beschützen okay ich musste grad nachladen geht weiter danke wird den du mal ein sterben einmal wo ich kaum geschlagen dann gab es eigentlich die schwierige stufe als wir angefangen haben also zum auswählen ich glaube schon dass dieses reichen nehmen wir jetzt einfach nur darum dass man irgendwie man verliert hat gefühlt gar nichts beim tod aus dem geld ja halt komplett lächerlich also jetzt richtig man kann hier hoch hier ist irgendwas ich würde gerne zu einem handler weil ich habe übelst viel müll halt ich kann wegwerfen würde ja hier ist es gerade keiner in der nähe ja das ist unlucky die nächste schnellreise ist eine insel unter uns hier gibt es schnellreise also drei auf der karte glaube ich also bist du zumindest habe ich bisher nur drei punkte ja 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 1 wo war das andere ist mein quest fortschritt weg hm ich habe drei bei mir in der kampagne 533 habe ich jetzt eine aber so groß ist die karte gar nicht ich habe irgendwas von akt 2 gelesen als ich mal so nach waffen gegoogelt habe ja wie meinst du noch eine neue karte oder was kann ich mir vorstellen oder der akt dauert extrem lange kann auch sein wir sollen ja achso da unten ist noch eine insel ich wollte eigentlich bis zu einer kirche spielen da gibt es eine legendäre waffe die mich interessiert hätte aber so weit bin ich noch nicht gekommen ja stimmt gibt es hier nicht noch so eine art stadt oder so so weit habe ich mich nicht durchgelesen oder was ist im haut spiel ich weiß gar nicht mehr ja das könnte vielleicht auch sein wobei ich extra riptide mit geschrieben habe ja gut dann ging das auch meine waffe kurz reparieren ja ja mach doch dann richtig so naja wir haben gerade am quest prompt gewartet auf euch das ist hier 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 ja ich bin ich auch immer schon mal da ist hier das ist hier das ist hier was kommt Toll, ich bin tot. Micha hat ihn umgefahren. Also da gibt's auch kein Damage. Vorsicht. Was ist aber das denn grad? Du hast dir angestürmt? Ja. Fähigkeit oder was? Jo. Witzig. Ja Boomer, ich bin der Charger. Echt? Wie hast du denn mitgefahren? Ja, du bist ja weiter gefahren, ich konnte ja nicht. Du hast mir ja nicht mal die Wahl gegeben. Ich bräuchte noch Medkits, wenn es geht. Gibt's da später... Willst du auch irgendwann mal was selber holen? Na, gibt's später ein Rezept mit dem man machen kann oder wo hast du die her? So viel für die Straße. Ja, ja, aber 300 ist jetzt nicht ganz billig. Anderson. So nah an dir. So weit. 3 Medikits habe ich kaum welche gefunden und ich sammle ja die ganze Zeit auf. Ich hab fast nie Medikits gefunden. Die Straße ist weg, Harlow. Die Stürmer muss sich rausnehmen. Jetzt müssen wir... Zurück. Wenn wir jetzt senkrecht runter gehen, dann seht ihr doch... ...Marex Marina. Seht ihr das? Das ist... was ist denn das? So ne Art Kompass Symbol, wenn ihr da rüber hobert. Schnelle Reise? Kann man das jetzt hin nutzen, ja. Genau, da würde ich gerne hin. Da würde ich gerne hin, damit wir die schnelle Reise nutzen können. Okay. Ja, das ist alles sinnvoll. Dann... Auto. Ob ich auch mal fahren will. Oh, ich hab's genommen. Okay. Wie finden Sie? So. Sagt Bescheid, wenn ihr alle drin seid. Nicht, dass ich jemanden überfahre. Jo, jetzt. Kannst. Keiner im Endeffekt. Ah. Das ist diese Basis. Warst du da schon drin? Hier rechts. Da komme ich noch nicht rein. Da komme ich noch nicht rein. Ja. So. Äh. Bin ich richtig? Ja, aber... Ja, ja. Es sieht hier alles nicht nach Straße aus. Ja, ja. Einfach... Vielleicht musst du links. Ja, genau. Hier schon? Jetzt. Hier links. Ja. Ja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Jetzt. Also auf der Hauptstraße links. Auf der Hauptstraße, ja. Auf der Hauptstraße links. Jetzt, genau. So, und jetzt fährst du einfach gerade aus. Ja, jetzt sind wir da. Muss wirklich da sein, ja. Ah. Okay, man kann nicht durch. Oh mein Gott, why? Weil... Weil ich sonst vor dem Dings gestanden hätte. Direkt drin. So. Wo war die Schnellreibe? Da, Mann. Da, Mann. Da, Mann. Da, Mann. Hier ist übrigens Zeug. Hey, some good shit here. So. Gibt's noch irgendwas zu blühen? Gut, dass er dazu medkickt sagt, auch wenn nicht. Energy Drinks. Sehr gut. Na, Energy Drinks hab ich ab und zu gefunden, ja. Also bin ich immer ab und zu, aber medkits... Machst du die Schnellreise war ja außen dran. Nicht im Kopf. Hier ist noch ein Energy Drinks, den man da braucht. Wo ist jetzt die Schnellreise? Haben wir die jetzt freigeschaltet oder nicht? Äh, die ist hier draußen, sorry. Alkohol. Muss wieder raus und rumlaufen. So. In der Wand. Ah, okay. Die Tarte. Okay. Jetzt irgendwie dämlich. Okay. Super. Aber es wird nicht auf der Karte angezeigt, was es ist. Das heißt, ich muss die Karte aufmachen mit M. Angucken, wie das Gebiet heißt. Und dann diese Karte anklicken. Oder was? Paradise. Paradise irgendwas. Oder? Ah, ne. Muss man nicht. Muss man nicht. Hä? Was ist passiert? Ich bin jetzt wieder im ersten Lager. Na, jetzt will ich nochmal gucken. Warum läuft mein Charakter ab und allein? Ja, war bei mir auch gerade so. Weißt du, was ist das für eine Kacke? Bewegt sich von alleine nach links? Was ist das für eine Scheiße? Hä? Immer noch, oder was? Ja. Gucken. Das ist doch einer von euch, Alter, baut irgendeine Scheiße. Wie machst du das? Das ist keiner von uns. Natürlich ist das einer von euch. Wie schnell. Wie schnell. Warum meine Tastatur zählt die letzte Minute nicht mehr? Mudeburg, Alter. Wie? Ich versteh's nicht. Hä? Siehst du nicht, wie ich gerade in der Situation auf D dicke? Was? Das ist gut fix. Störst du meinen Charakter? Ja. Nein. Ich bin gerade auf D bei dir. Ja, wie? Auf A meine ich. Ich bin gerade bei dir. Auf die Tastatur. Siehst du mich nicht? Nein. Ich bin unsichtbar. Du denkst, du hörst mich durch Discord, aber nein. Ich versteh nicht, wie du das machst, aber okay. Ich will das nicht. Du wirst das jetzt spinnen. Was ist das für eine Scheiße? Ich kann mich nicht bewegen. Ja. Hast du einen Controller angestöpselt? Ja. Okay, jetzt geht's auf einmal. Nee, hab ich eben nicht gehabt. Ich weiß nicht, was das für eine Kacke war. ich will. Ich will. Also, die Wurfmesser sammelst du immer wieder auf, ja? Das heißt, sechs reichen. Hm, na ja, wenn... Wenn er die immer treffen würde, ja. Also, eher nichts, was du bespielen möchtest, oder wie. Hm, na ja. Verste ich das jetzt? Die sind nicht so cool, finde ich. Ne. Was ich irgendwie nicht verstehe, ich bin jetzt bei... Ich mache Fähigkeiten über Leben hoch. Aber ich bin jetzt sozusagen auf der mittleren. So. Aber wie viele Punkte muss ich denn reinsetzen? Einen aus der Reihe musst du immer vollständig haben. Dreimal leveln. Ach so. Oder generell drei. Ich kann das dreimal leveln. Ich habe das nicht verstanden. Scheiße, ich habe das schon so viel früher haben können. Man kann die nicht zurücksetzen. Nicht, dass ich wüsste. Fuck me. Was kann man sagen, mal leveln? Wenn du rüber hovers, steht da meistens Stufe 1 macht das, Stufe 2 macht das. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich dachte, wenn man einmal leveln, dann reicht das. So. Braucht jemand Mad Kids? Nee. Frischer, brauchst du Mad Kids? Hä? Hab ich? Nee, ich werde jetzt nicht mehr, welche ich brauchen. Ich habe schon fast schon. Ich muss jetzt erst mal den ganzen Scheiß hier verkaufen. Das. Ich kann mit dem ich interagieren. Verkaufen. Ich kann mit dem ich interagieren, dieser Dutzermann. Das mit dem Dings oder was? Wieso? Ja. Bei mir ist da so ein Handsymbol. Soll ich dem was geben soll? Ach, ich gehe mal kurz raus. Und bin wieder rein. Und mach das Scheißspiel. Ich finde es auch geil, ne? Du tauchst bei dem Typen Mad Kid für 550 Dollar. Und rechts steht einfach Wert 28 Dollar. Was ist das hier? Klärt mir das Spiel Kapitalismus oder was soll die Scheiße? Da kann ich jetzt nicht mehr rein. Ja, ja. Auch in Ordnung. Das ist 35. Das ist 25. Das würde ich auch brauchen. So kann ich jetzt mit dem handeln? Das brauche ich nicht. Jetzt geht... Ja, das ist doch das Spiel. Und warum ging es vorher nicht? Er war verbuggt. Ich kann dem irgendwas geben. Aber der hat nicht aufgehört, dass ich ihm Sachen geben soll. Immer weiter die Hand offen gehalten. Iriger Wichser. Ja, Film spiele ich. Oh. Kann ich das benutzen? Kann ich das sprafen? Nicht wie das Militärmesser. Na, 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 na. Das kann man ja auch. Alter, ich will nicht mal in die Waffen haben, ey. Wenigstens eine Pissche oder so. Ich weiß nicht, warum man nur Mad-Kids hat und ich, keine Ahnung, wie bei Parkway damals... Da ist mal ein Zombie drinnen, Alter. Was? Hier ist einfach mal ein Zombie drinnen. Wo? In Lager. Ja, hier. Echt? In Lager, hier. Ja. Defizieren. Lüssiger Mord Angoth mit Flächen erfüllt. Lüssiges Feuer wird all deine Gegner liquidieren. Das will wir auch nicht machen. Die Typ hier verkauft erstmal Stufe 63 Waffen. Ja, aber das ist ein Wurfmesser, was er verkauft. Ja. Wurfmesser sind ja scheiße. Das ist der, das ist der Mord. Also, das ist das. Dann machen wir das. Die 514er. Das machen wir hier hin. Das machen wir hier hin. Brachenmesser. Die Sicher brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Bauplan Molotow. Ah. Hä? Wo hast du einen Bauplan Molotow? Das. Das ich hier kaufen bei dem, der auf Level 63 und 57 legendäre Wurfmesser verkauft. Der hier. Der hier hat ganz unten Bauplan für Molotows. So, der hat ja richtig Geld. Wird's mich verarschen? Ein Madkit kostet 500 noch was, alter. Und eine violette Waffe kostet 1500. Ah ja, okay. Madkits sind aus Gold anscheinend. Dieses SPS, ist das der Schaden, der ausgesucht wird? Schaden pro Sekunde heißt das. Also, theoretisch, wenn du halt alles triffst. Wie gesagt, der hat Molotow unten, ne? Hast du schon? Ach, das sind Wurfmesser nur. Okay. Bin bescheuert. Äh, ja. Kein Schwein. War das bei dir schon? Der hat auch gar keinen Tages-Nacht-Rhythmus, ne? Ne, hat's auch nicht. Warum braucht man seine Fackel nicht? Das darfst du nicht. Ja, ich kann mal eine Klasse nicht. Öl, das ist ein Beispiel. Ja, okay. Wenn die, das die Taschenworte ist ja auch andersherstammt, dann kann die nicht. Warte mal, wo kann man, wo kann man den Molotow dann herstellen? Wahrscheinlich an der Werkbank, würde ich mal behaupten. Ne, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, ich gehe mal gucken. Das ist 39. 35. Und da modifizieren. Echt? Du brauchst Alkohol und Lappen. Nicht gesehen. Also Baupläne sind immer alter modifizieren. Alkohol. Alkohol habe ich. Einen Lappen bin ich auch. Passt. Ich will nur noch mal nach Hause gehen. Kannst du mal ein Rusterlappen, oder? Dankeschön. Kannst du sogar mehrere rausmachen. Ah, ja, da. Ich möchte die Presse, der Typ kann sich mal picken. Das ist echt so die kleine Pistolenmunition. Und dann kriege ich eine kleine Pistole. Das ist eine Mission. Harpoonmunition. Erstmal so ein Zombie-Harponion, dann mit dem Boot hinterherziehen. Und das können wir hier hin machen. Und das ist die 598. Okay, nice. Sag mir mal, wenn ihr ready seid. Ich bin ready. Der hat dir Lizenzmusik angemacht. Wie war's? Lizenzmusik? Ich bin hier, weil ich Daniela sind. Ja, was hast du denn? Zeig mal. Was ist das? Damit kann ich... Das soll ein flüssiges Feuer sein. Damit kann ich... Aber wie's liquidieren. Laut Beschreibung. Ah, apropos, das sind damage-Zahlen. Lass mir mal einen übrig. Bitte. Ich möchte mal einen hauen. Kommt mal alle her. Was? Zum Reisepunkt. Warum brennt der jetzt nicht? Ich seh nichts vom Liquidieren. Kommt mal zum Reisepunkt. Wo wollt ihr? Ganz was? Ja, drückt einfach B und wird die E-T-T-B. Man kann es ja anscheinend nur teleportieren, wenn man in diesen Dingern drinne steht. In diesen roten Kreisen drinne steht oder wie auch immer. Oh my, sei. Wenn man mit der Questen fangen will. Oh. Oh. Versteheiß. Hä? Das ist einfach orse. Du hast nochmal Paradise angewählt. Ich weiß nicht, was haben wir denn jetzt momentan? Wo müssen wir hin? Na ja. Allein? Wir müssen wieder zurück. Da, wo die letzte Mission war. Na ja, fast. Also die vorletzte. Die vorletzte, ja. Ja, ja, die vorletzte. So wie das Boot. Kannst du trennen? Was? Squishar nicht, kannst du trennen? Jetzt. So, wir müssen runter. Hier gibt's Sachen. Perfekt. Hey. Müssen wir runter, ne? Gehen wir zum Auto? Ja, auf dem Weg. Boah, ist. Hat das funktioniert? Ja, das hat funktioniert. Danke, jetzt hab ich 2000 verloren. Müssen wir hin? Komm mal zu mir. Ich hab ein Auto. Oder wir wollten laufen. Nee, egal. Bist du denn, Alter? Müfft dich mehr davon auch schon entfernt. Wie hast du den so komisch angesprungen? Ist das eine Fähigkeit oder was? Nee, du senst. Ja. Dann drückst du Leertaste und dann drückst du E. Was? Was? Was ist denn E bei dir? E ist der Nachkampf am Griff. Achso, okay, das ist bei mir. Ist der? Der hast du das rausgefunden, hast du einfach ausprobiert oder was? Das ist einfach Kombo hab ich gemacht. Ja. Der ist nochmal auch. Man sieht, man sieht halt von außerhalb richtig cool aus. Nee, ich muss irgendwie an, an Dingens denken, an deinem Leid. Und da kann man ja auch durch die Spuren, um dich zu machen. So, dass ich mir mache ich auch. Ja, aber eigentlich sind wir ja schon, eigentlich lohnt sich gar nicht zu fahren. Ja, doch, wir können ja hier diesen Weg entlang, oder? Nee, wir können den Weg doch gar nicht entlang. Wir müssen aussteigen. Wir müssen doch hier diesen Weg... Wir könnten bis zu der Brücke... Ja... Nee, wir können doch diesen kleinen Weg entlang. Wir sind doch direkt da. Back off, bitch. Back off. Da, 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 da. Di, da, da, da. Was haben wir? Abprobe. Ich hab' nicht Glück mit, mit Ritz gekauft, das Video. Das hat nicht so ganz funktioniert, ne? Oh, Leute, Leute, geht mal weg. Nein, ich hab' ihn liquidiert. Brause, Kuss. Lock den mal her. Was? Ich hab' auch noch den 1 gedrückt. Ah, ok, ne, ich kann nicht. Oh mein Gott. Was ist denn hierher? Wo bist du denn schon wieder? Wo bist du überhaupt? Digga, ich hab' auch gesehen 1 gedrückt. Und? Naja, ich hab' das gewechselt, ich bin wieder... Ja, was? Ich weiß auch noch nix. Ich bin wieder zurück, Alter. In der Basis. Warte, ist das was? Drück' mal bitte alle B, sonst kann ich keine Schnellreise machen. Also nicht 2, drück' nach... Goldner... Ah, ne, Level 24 ist der Goldener Hammer. Nein, kann ich nicht. Ich kann Dings. Wie gesagt, das geht nicht. Der wird schon was für Goldener Hammer. Dann, dann bring' dich um. Ja, bring' dich um. Und dann? Dann spawnst du hoffentlich bei uns. Glaub' ich halt nicht. Doch. Drück' doch einfach B, das war's. Aber dann müssen wir den ganzen Weg nochmal. Ja, was? Digga, das war nicht mal ne Minute. Hm, steht auch gut in here? Ne, warte, kann ich jetzt doch vielleicht Schnellreise machen? Oh, aufsteig. Ne, geht nicht. Ja, komm, kann man Schnellreise nur mit anderen machen? Ach, wir können die Schnellreise eh eh noch nicht machen, weil... Wie erst die Quest... Ja. Hm. Also, wenn du es jetzt noch raus wieder zu uns kommst, kannst du nicht einfach zwei, drei, irgendwie... Ich kann nicht B drücken. Ja, weil ich da jetzt rausgegangen bin. Ich versuche jetzt zu sterben, was ich mir gesagt hab. Also, ja. Feuern, Fastenzuweisung. Ich glaub zwar nicht, dass ich dann bei euch landen werde, aber okay. Ja, da war's ja schon. Bei mir ist eins gar nicht. Schnellreise zur Gruppe B. So. Und wenn du B drückst, kommst du nicht zu uns, oder was? Nein, das ist, wenn man ne Quest annimmt. Nein, das geht nicht, Jungs. Ihr müsst zu mir. Landet direkt im Ding. Wartest du nicht zu uns? Nein, ich fahr jetzt nicht ne halbe Stunde, Alter. Nur weil wir... Aber wir sollen ne halbe mehr B drücken. Was für ne halbe Stunde? Wir haben da eine Minute gebraucht. Würde ich mich verarsten? Ich kann nicht B drücken. Jetzt könnt ihr aber B drücken. Ich hab's doch erklärt. Ja, dann... Montier mal jetzt die Eins ab, bitte. Ich werd das jetzt umstellen auf eine andere Taste, weil das kacke ist auf eins. Ja, bis jetzt ist es. Ich hab bis jetzt ist es. Ich will nicht nochmal so raussehen. Diese egoistische Aktion von mir. Genau. Ja, ich bin der Egoist. Genau das. Ja. Ja, drei Leute mussten zu dir. Ja. Ja, dafür musst du jetzt nicht ne halbe Stunde fahren. Was hast du jetzt mit Kürz gekauft? Hast du jetzt mit Kürz gekauft? Hast du mit Kürz gekauft? Nee, hab ich noch nicht. Ich will es aber nicht zu schieben. Ich will es aber nicht zu schieben. Äh... Ja, wo hast du dir denn bitte her? Ich verstehe nicht, woher hast du so 450? Aber ich hab halt Geld gemacht. Ja, ist egal. Das ist hier. Der Mann ist nicht. Äh... So... Was? 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 So, jetzt können wir da rein. Ja, so hoch, ey. Äh, Paradise Survival Camp, ne, war das? Nein, wir sind da gerade. Achso. Marex? Ja. Marina? Gut. Ankommen, fein. Wenn ihr fertig seid. Danke Gott, ihr seid mit uns. Ja. Mhm. Oh, was ist los? Bist ihr plötzlich was kaufen? Das ist aber... Das ist aber komisch. Ne, ich bin grad 25... Äh... Da wird 25 geworden geschickt. Ich muss kurz da reingraden. Achso. Es ist aber dann voll doof, dass du hier bist, ne? Ja, eigentlich kann ich das überall machen. Ja, wenn man schon mal hier ist, ne? Ja. Hä? Was ist das? Ja, eine gewissen Person. Ja. Warum, Alter? Seid ihr behindert? Was macht ihr denn? Du warst mir grad zu frech. Musst du sein. Was hast du so gemacht? Ich hab mir mal da drauf an den Kopf gebrochen. Gezündet. Äh... Ja... Hat er... Hat er verdient. Ja, genau das. Ähm... Hab ich hier eigentlich viele Sachen... Was ist das hier? Stufe 1... Stufe 3... Stufe 1... Stufe 1... Stufe 1... Stufe Waffen... Du kannst gewisse... Wie... Waffen? Ja... Wenn du auf den... Auf den Fähigkeitsbaum gehst... Was so? Und dann unten... Hat man hier eigentlich so nochmal... Verschiedene Stufen, die man bei... Ja, ja... Nutzens Levels... Welche... Welche Schadens... Wie du spielst? Genau. Nahkampf... Zum Waffen... Bling Waffen... Nahkampf... Und Schuss Waffen... Und... Zum Waffen... Und... Planen nach Kampf... Okay... Okay... Je nachdem, womit du die Zombies heute... Angreißt... Levelst du... Jo... 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 Wo... Wie hier denn Machete... Übermachete sogar... Wie die Schaden macht der... Mach deine Waffen... So... Jo... Äh... Die hat... Jo... Ahh... 769 SPS... Nice. Aber die hier... Hat... 828... Mit Diamantschlipp... Jo... Jo... Mae scheimacht deine Gisha... Was meine macht zurzeit... Meine beste macht zurzeit... 153... und die nächste wird 621 machen also auf level 25 meine waffen modifizieren aber ich weiß nicht eine macht gerade 356 damage ja was ist das problem beim waffen modifizieren ich habe einen golden hammer ich habe mich gerade ob ich meine waffe modifizieren kann mit blitzstachelrad oder du musst gucken ob die waffe und so eine waffe hast irgendwie die materialien scheinbar das weiß ich nicht beide leise machen dann müssen besser höre man kann ihn nicht lauter machen jetzt 200 immer wollte sich vor einem halben jahrhundert ein neues okay was du merk dir was du brauchst und sagt mir das gleich dann handel ich mit dir gebe ich dir das immer er redet mit ihr das ist ja klar ja ich weiß ich schaue ja ja jetzt legt mich am arsch so nicht mal die war das nicht nötig zu antworten also ich habe ja feuer aber ja toll super gemacht gescheck jetzt kommen wir nicht mehr voran weil du uns hierher gezogen hast ja genau dann ein metallschrott und ein feuerzeuggas ein metallschrott und feuerzeuggas feuerzeuggas 1 und was war das andere metallschrott ja alles 1 habe ich gefallen lassen ein feuerzeug gas kein feuerzeug ja pass ich habe jetzt alles nur mod fehlt und dann kann ich dann doch nicht das Wort fehlt merke ich gar nicht würde ja hatte ich das ist lächerlich ist ja auch krass du kannst aber mit einer geworfenen pappe vier feinde treffen und sehe ich nach hast du dich schon gekillt ich hab dich gerade eben gekillt da liegt noch einer voll dann vorbei brennen hahaha alter was machen die für sounds ich bin einfach zu stark hier ist eine kiste einbrecher und eins wahrscheinlich ich bin fertig naja dann fangen die dings reise an die man schnell reise zu marika ist oder wie auch immer dies heißt nein müssen wir nicht wir können uns hinterher teleportieren und du fängst das an und wir sind jetzt die kommen ganz schön viele ich wurde nur umgehauen oder annie du hast ich hab das noch von gewechselt von 1 das waren immer noch mal auf grischa war ja schon wieder unglaublich natürlich jetzt mal ticken oder wie ist das wir sind selber nicht da aber ok na klar sind wir hier warum ist die tür hier auf einmal zu weil ich sogar zugemacht habe hä bin ich tot oh mein gott so was von verdient ich werde ja schon wieder auf einmal zugemacht haben mich halt nicht wie sind jetzt was war das denn jetzt meine eigene waffe tötet mich okay die brand mod ist scheiße man scheint ja das ist nicht hier ich bin vor euch das ist ein spiel warte mal warte mal lasst ihn mal hier her laufen gehen wir alle weg gehen wir alle weg lauf zur seite lauf zur seite lauf zurück lauf zurück geht das ja hä willst du mich verarschen das war ich habe ihnen gar keinen Schaden gemacht damit ey watch yourself weil die Schamolle so vergespissen hat ja ich werde auch weiter weg was hat die Sprengmide für den Sinn bitte Deko ja keine Ahnung ist ja kompletter Bullshit warum sind wir so alle aufgeteilt ich bin zum Beispiel aus dem Ziel töte alle Monster das hört sich nicht gut an wie kommen wir denn jetzt ich hoffe die Bremse ab ja so ich mache extra zu damit die da alle tot brennen und nicht zu uns kommen und ich würde auch bei der ja wir müssen doch eh jetzt da raus und die töten oder nicht also ich muss nur Dx will ich erstmal abfackeln lassen da müssen wir ja wir müssen jetzt hier alle alle Kollegen da unten töten das ist gut das ist gut das ist schon wieder vollgeschmissen glaube ich alle wer hat kein vollgeschmissen das ist ja die Frage Burn them all Burn them all Burn them all Denga jetzt hört doch ob die scheiß Tür zu tun macht ich war da noch ein Oga bei der dürfte nicht abgebrannt sein der müsste irgendwo noch ein Dicki sein ich bin hier noch gebrannt ich bin hier noch gebrannt ok krass war doch top ok nice ist doch was von Ludum ne oben noch ist aber auch gegangen Ludum 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 Spricht mit Markus wo ist denn der da rechts irgendwo Ludum 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 hydrí criterion Ludum 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 nö Ludum 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 Sie haben dich geklärt. Wollt ihr Angst? Nichts, weil ich immun bin. Fuggeräte und fütter Träume. Rundlich. 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 Wir sind durch uns seit über zwei Stunden. Es sind fünf von uns. Wir sind in Paradies. Paradies. Ja. Ich weiß, was das ist. Du bist wirklich ein Blödsinn von den Göttern. Wahnsinn. Ich habe Angst, dass ich dir noch einen weiteren Wunsch fragen muss. Nur noch einen. Mein Floch wird überleben, denn sie sind blödsinnige Menschen. Aber ich habe nichts mit uns. Es ist ein Platz, wo wir unsere Provisionen halten. Aber es ist überraschendlich geaffnet. Rundlich. 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 Ich gebe ihm die kräftigen meist Geld. So, rechte Leute.